Bei mir im Studio jetzt mein Kollege Kai Feldhaus. Kai, der Fall Medi, den begleitest du seit Jahren für uns. Jetzt Christian B. gestern also in Braunschweig gewesen und dann ins Krankenhaus gekommen. Was für Details weiß man, was genau hat sich da abgespielt? Das ist eine wahnsinnig dubiose Geschichte. So etwas kennt man eigentlich aus einem Sonntagabend-Tatort oder so, also aus Hollywood-Filmen. Christian B. ist um 11.10 Uhr mit einem Gefangentransporter aus der J.V. Aukil im Braunschweig angekommen und dann in die Gewahrsamstelle verbracht worden, um dort zu warten, dass eine Anhörung beginnt. Da ging es um die möglicherweise vorzeitige Entlassung aus seiner Haftstrafe wegen Drogenhandels. 45 Minuten später stoppte dann ein Notarztwagen vor dem Krankenhaus und zwei Sanitäter eilten herein. Die Kollegen, die vor der Tür standen, die wurden nicht eingelassen und es wurde auch insgesamt nicht erzählt, was denn da passiert ist. Wir haben einige Dinge in Erfahrung bringen können, die durchgesickert sind. Und ganz offensichtlich ist es in der Gewahrsamstelle zu einer Auseinandersetzung gekommen. In dieser Zelle war jetzt nicht Christian B. und weitere Strafgefangene, sondern Christian B. und Justizbeamte. Da muss es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein und im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll B. zu Fall gekommen sein und sich zwei Rippen gebrochen haben. Wie genau das zustande gekommen ist, das wissen wir nicht. Aber wir wissen auch, dass es danach eine relativ lautstarke, also auch nach draußen zuhörende Auseinandersetzung gab zwischen Christian B.s Verteidiger und den Justizbeamten. In dem unter anderem der Satz gefallen sein soll, das sei ein unwürdiges Verhalten für Beamte und Videoaufnahmen seien umgehend zu löschen. Was die Hintergründe sind, das wissen wir noch nicht. Warum war Christian B. überhaupt gestern in Braunschweig? Hat das was mit dem Fall Meddy zu tun? Dort wird ja gegen ihn ermittelt. Nein, das hatte mit dem Fall Meddy konkret nichts zu tun. Christian B. sitzt derzeit in Kiel eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wegen Drogenhandels ab. Die hat er zu zwei Dritteln abgesessen. Das heißt, er hat das Anrecht auf eine Anhörung, in der darüber verhandelt wird, ob er vorzeitig auf Bewährung freikommen kann. Das ist im Falle Christian B. eigentlich nur die Produktion von Spesen. Also da wird jetzt nichts passieren, weil wir wissen ja, dass noch anhängig ist eine Haftstrafe von sieben Jahren für die Vergewaltigung einer Amerikanerin in Portugal 2005. Diese Haftstrafe, diese sieben Jahre, die sind noch nicht rechtskräftig. Die werden jetzt gerade noch vom BGH geprüft. Aber selbst wenn Christian B. seine Haftstrafe jetzt abgesessen hat, und zwar voll abgesessen hat, wird er dann nochmal in Untersuchungshaft überstellt, weil da einfach nur so viel dranhängt. Das heißt, dass diese Anhörung gestern stattfand, das war jetzt sein gutes Recht, aber er wird deswegen nicht vorher aus der Haft entlassen. Wenn wir jetzt mal auf den Fall Medi schauen, dort gab es jetzt zwischen den verschiedenen Ermittlern aus Portugal, Scotland Yard, also England und Deutschland ein Treffen und danach auch Vorwürfe gegen die deutschen Ermittler, vor allem von portugiesischer Seite, dass sie eigentlich so gut wie nichts gegen Christian B. in der Hand haben. Was ist da dran? Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen, dass es ein Treffen gab zwischen BKA, Scotland Yard und der portugiesischen Kriminalpolizei. Wir wissen, dass sich die Ermittler dort ausgetauscht haben über den Ermittlungsstand und die Frage, was man jetzt als nächstes noch tun kann. Kann man noch jemanden befragen, kann man noch irgendwo graben, kann man noch irgendwo mit Hunden hingehen. Danach tauchte dann eine E-Mail auf, die aus Kreisen der portugiesischen Kriminalpolizei stammt und in der sich ein Beamter recht wortreich darüber beschwert, wie schlecht die Ermittlungen der Deutschen seien. Da steht irgendwie drin, es werde eigentlich gar nicht ermittelt, es werde nur versucht, den Verdächtigen im Gefängnis zu behalten und ihm das anzuhängen. Man muss das aber mit Vorsicht genießen. Wir wissen aus den letzten 13 Jahren, dass es da immer wieder zu Eifersüchteleien kommt, dass die Portugiesen sich darüber beschwert haben, als die Engländer plötzlich die Federführung übernahmen und dann den Fall ganz neu aufgerollt haben. Die Portugiesen waren sich ja relativ früh sicher, dass Maddies Eltern an ihrem Verschwinden schuld sind. Die Engländer haben dann die Eltern entlastet. Da gab es also immer Eifersüchteleien und Frotzeleien. Und deswegen muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ob das jetzt tatsächlich Bestand hat, also ob da wirklich was dran ist an dieser Kritik oder ob da einfach jemand sauer ist, dass die Deutschen jetzt plötzlich so weit vorne sind. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Okay. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.